Hallo YouTube-Frienden, herzlich willkommen zu XCOM. Wir sind pleite. Aber mach nichts, wir haben bald wieder Geld. Und zwar genau in... 18 Tagen. Bei diesen 18 Tagen passiert noch vieles. Zum Beispiel kommt bald ein Satellitenkontrollzentrum. Und das... Wir holen uns jetzt auch schnell, dass wir es haben. Und machen ein neues Bauprojekt. Ähm... Wir haben ja gar kein Geld. Was will ich denn noch bauen? Hm... Aber... Warte, Moment. Wir können doch jetzt dafür noch Satelliten hier hoch schiessen. Warte, komm. Satelliten starten. Was haben wir? Einer noch. Verfügbar. Äh... Australien wäre eigentlich so gefragt. Hm... Aber will ich wirklich Australien wegen diesen 60 Std? Will ich nicht lieber die USA? Das gäbe nämlich 180 Std. Das wäre mir fast lieber. Und kommt den asiatischen Raum. Den können wir ja etwas vernachlässigen. Weil der gibt eh keinen Stutz. Und da haben wir zwei Flugzeuge. Also, das kommt schon gut. Ich schicke ihn in die USA. Komm. Start. Jawohl. Satelliten gestartet. Sehr schön. Und... Ja... Da lassen wir es mal rot sein. Weil... Da kommt dann schon gut. Ah, schau. Fusionslanze. Kommt ja auch gleich mal. Super. Dann gehen wir ja auch gleich weiter. Wobei... Warte, warte, ich müsste nicht noch... Nein, ich habe kein Geld. Komm. Es bringt eh nichts. Wir scannen einfach mal und schauen. Und wenn jetzt dann irgendetwas... Äh... Okay. Wenn irgendetwas hätte ich sagen. Jetzt in Australien Chiem. Hätte ich Pech gehabt. Aber wir können jetzt eine Fusionslanze herstellen. Äh... Jedenes vom Himmel holen. Aha. Das ist nur für das. Okay. Ja gut. In diesem Fall. Äh... Präzisionslaser. Skelettanzug. Atomlenk. Äh komm, wir machen das. Das haben wir sofort. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschliesslich einiger sehr bizarrer traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Krüsserlied. Ja, ich würde dem Alien sagen. Aber das Eiling sieht eben noch ein bisschen besser aus, ganz ehrlich gesagt. Und ist wahrscheinlich rechtlich geschützt. Und darum haben sie es so nicht reinnehmen. Aber jetzt haben wir noch so ein... Ja... Äh... Exoskelett. Ja... Ein Rüstungsgegenstand. Äh... Weißt du was? Jetzt machen wir das mal mit den Energiequellen. Dann haben wir das auch. Und jetzt muss ich gleich mal schnell in die Kaserne gehen. Weil einfach mal zu schauen, wer da eigentlich alles dabei ist. Äh... Ich habe nicht so viele Leute. Hm? Äh... Mach nichts. Wir kommen damit durch. Wir schaffen das. So... Wann gibt es den nächsten Satellit? Ein, zwölf Tage erst. Ah... Okay. Äh... Gefordert ein Satellit auf Lager. Null. Ja... Wieso willst du für 200 Franken einen Satellit? Ah... Okay. Äh... Den kann ich dir noch nicht jetzt geben. 20 Tage habe ich Zeit. Das reicht. Äh... Dann könnte ich dir aber doch noch einen frischen Auftrag geben. Ah... Nein. Kann ich ja nicht. Weil ich kein Geld habe. Also gehen wir halt weiter scannen. Vielleicht kommt dir dann irgendwie etwas. Ah... Schau, die Megan ist wieder dabei. Sehr schön. Da haben wir etwas fertig. Ellerium Kraftwerk. Ah... Das wäre noch gut gewesen, das vorher zu haben. Hm? Ähm... Schauplätze anzeigen. Jetzt bitte ich immer etwas. Äh... Da ist gut. Da ist gut. Das wäre super. Eine neue Rekrut. Also das. Lion fällt sicher mal aus. Äh... Da ist es nicht nötig. Da ist es einfach wieder sehr schwer. Da ist es schwer. Da ist es schwer. Da ist es sehr schwer. Gebt mir aber Stutz. Ah... Ich würde eigentlich gerne hier hin. Aber ich muss fast auf Mexiko. Wobei, dich kann ich ja dann nachher ein Satellit hochschicken. Komm, wir gehen auf Cordoba. Ich will diesen Unterstützungs-Rekrut bestätigen. So, und jetzt könnte ja wieder einmal... Bist du noch nicht upgraded? Tatsächlich? Ah... Du bist noch gar nichts. Also dann nehme ich dich mit. Denn du könntest eigentlich mal eine Pause machen, finde ich. Ähm... Wir haben genügend Russen dabei. Wir nehmen das mit. Und das mit. Und da ist ja alles beim Alten. Genau. Äh... Nein. Nicht entlassen. Da entfernen. Äh... Dann du könntest mitkommen. Ja. Aber weisst du was? Ich setze dich hier hin. Äh... Megan. So. Einfach weil ich hier einen anderen coolen Typ dabei habe. Dann könnte ich dich brauchen. Ja. Du bist der Sturm. Äh... Und zwar entweder Ben Johnson. Aha. Der ist immer noch verwundet. Ah, okay. Dann muss ich den Shot nehmen. Loco. Also gut. Kommst du mit? Äh... Gib mir das. Die Annofaserwester behalte ich auch an. Das ist gut. Ich glaube das kommt gut. Und da nehmen wir jetzt eben noch den Chines mit. Genau. Wow. Und dich rüsten wir auch noch richtig aus. Mit anständigem Zeug. Zum Beispiel so einem schweren Laser. Und ja das kannst du auch behalten. Sehr gut. Sehr gut. Ich denke. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind startklar. Und zur Erfrischung gehen wir noch schnell die Quille anzapfen. Hm. Einen weiteren Flug machen wir da. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Jawohl. Bis auf Argentinien. Buenos Aires wahrscheinlich. Unser nächstes Ziel heisst Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Schreibt man auch so. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem grossstädtischen Gebiet operieren. Sehr gut. Also gehen wir mitten in die Stadt rein. Und killen alles, was uns fremd erscheint. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Aha. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf Leute. Ja, ist gut. Wir machen, wir machen. Hier geht es nicht mehr weiter. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Wir gehen mal in das Haus rein. Oder schauen einfach mal, ob es etwas in diesem Haus drin hat. Mit wem denn? Da kommt gar keiner so weit. Ach Mensch. Pavlova. Du kannst... Ja. In diesem Fall einfach mal hier rein spurten. Steckst du gerade etwas auf? Nein. Gut. Wo tun wir dich rein? Auf jeden Fall spurtest du auch. Ja. Du spurtest hier rein. Jawohl. Ich habe es noch gedacht, dass ich jetzt jemand sehen werde. Aber das ist okay. Das haben wir eigentlich auch wollen. Also nein, nicht wirklich. Aber das ist halt so. Ähm, du könntest ja jetzt noch hier rein spurten. Weil hier irgendwie kommst du nicht. Also spurtest du hier rein, ja. Und solange wir nur zwei dort haben, ist alles easy. Ähm, der könnte mit dir hier rein spurten. Weil da komm ich niener anders rein. Ah, wo komm ich denn mit dir noch? Ähm, da bin ich zweimal angeschossen. Ähm, wie wäre es, wenn du einfach mal hier rein kommst? Und du könntest ja jetzt mal schiessen. Einfach, dass du mal geschossen hast. Komm. Ja, dann haben wir eben... Das war nicht gut. Ja, es geht. Also ich habe schon ein Schlimmeres gesehen. Ich habe schon ein Schlimmeres gemacht. Wir gehen jetzt mal hier in diesem Fall das grüne, äh, menschenähnliche Ding einspizieren. Und, äh, ja. Ah, du kommst von dir. Ah, du machst Feldposten sehr gut. Da kann ich nämlich von hinten kommen. Wunderbar. Und du? Ui, kommst nahe. Du kommst verdammt nahe sogar. Ja. Aber das muss nicht heissen. Yeah, sehr gut. Dann kannst du ja du... Ja, klar kannst du nicht. Mist, Mist, Mist. Äh, wie sieht es denn mit dir aus? Auch nichts. Wie sieht es mit dir aus? 29. 29. 58. Ja komm, probier's mal. Vielleicht triffst du ihn. Dann haben wir nämlich den Feldposten weg. Sehr gut, sehr gut. Äh, dann könnten wir da hinkommen. Run and Gun. Oder? Mach's doch einfach so. Ich komm mit dir da hinkommen. Und schiesse dir in den Rücken. Oh nein! Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Äh, du gehst dort unten. Du kommst dort hin. Ähm, jetzt müssen wir uns das noch einmal überlegen, ob wir das wirklich wollen. Äh, kommst du mal... Du... Hier hinkommen. Und dann ist der dich ganz sicher weg. Jetzt muss ich aber hier schauen, was ich mit dir mache. Und vor allem, was ich mit dir mache. Hm. Also nein, warte, schau. Ich muss... Ah, du bist gar nicht mal sicher. Komm. Aber weißt du was? Ich mache mal Schnellfeuer. Einfach, dass ich das mal gemacht habe. Weil ich... Wenn du siehst, dass ich das erste Mal daneben schiesse. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Okay, jetzt komme ich... Mit dir wohin. Ja, ich würde sagen, da hinten. Ähm... Oder gerade da hinten. Ich würde eigentlich am liebsten hier hinten und Feldposten machen. Aber das geht nicht. Das komme ich da hinten. Ja, genau. Voll durchs Fenster durch. Bitte schön. Jawohl. Mit dir komme ich da hinten. Ja. Das ist gut. Und jetzt machst du entweder Feldposten oder du gehst da hinten. Ja, ich würde vorschlagen, du gehst da hinten. Komm. Das ist okay. Weil jetzt muss er ja etwas machen. Und er wird nicht viel machen. Das habe ich mir gedacht. Deshalb komme ich mit dir so weit vorne, wie ich kann. Oh, der hat sich hier unten bewegt. Hast du gesehen? Hey, der hat sich hier tatsächlich bewegt. Da der Fuss vor ich. Ich habe es im Fall genau gesehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht ein Alien rauskommt. Das wäre dann etwas. Das wäre dann etwas. Ähm. Gehen wir mit dir. Oh, das ist schein bei dort. Das ist nicht gut. Komme ich mit dir. So weit. Ah, komm. Ich gehe mit dir da hinten. Und mache dann das zweite Mal Feldposten. Gut. Und dann nehmen wir unsere Schwere noch mit. Du kommst. Ja, bis hier hinten. Ja. Das ist okay. Dann machst du auch gleich noch einmal Feldposten. So. Gut. 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 Ähm. Mit dir laufe ich bis hier unten. Komm ich hier raus? Ich bin eigentlich nicht so überzeugt davon. Aber komm mal hier her, komm. Das ist okay. Ja, eben. Die Schottangst, die Schottangst. Wobei, von denen habe ich keine Angst. Ich frage mich eher, wo die dünnen Menschen hergekommen sind. Du wirst kommen... Hört ihr das? Ja, ja, ich höre es. Du wirst kommen, dann gehe ich lieber hier her. Ja, ja, ich höre dich schon. Ja, tut doch nicht schwierig. Ich weiss, dass sie da hinten sind. Oh, aha. Da gibt es noch Hirnaktivitäten. Aber die werden dir nicht viel nützen. Genau, weil so läuft das. Sehr schön. Danke. Nein, das sehe ich auch so. Aber von dem da hinten müssen wir ja keine Angst haben. Mal müssen wir. Oh, shit. Gut, zum Glück hat der nicht richtig getroffen, sondern nur halb. Wow, krass. Sie wollen sich zurückziehen. Was jetzt schon? Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Wieso wollt ihr euch jetzt schon zurückziehen? Wie sieht es denn da jetzt aus mit den Giftwolken? Komm ich jetzt da durch? Wahrscheinlich nicht. Aber ich wollte, ich muss es tun. Ist mir jetzt egal im Fall. Ist mir egal im Fall. Aber nein, ist schon nicht so. Schon nicht so. Schon nicht so cool. Okay. Ähm. Okay. Dann kommen wir hier hin. Dann kann ich dich wegpusten. Oder? Was machst du? Du? Über 58% könntest du auch diesen Wegpusten. Komm. Dann können wir nämlich dich bald upgraden. Äh, upgraden. Das wollen wir ja auch. Äh, jetzt wäre ich aber schon dafür, dass ich da hinterkomme mit dir. Ja. Schreibe mal aus dem Weg schaffen. Weil die stört ja nur. Und hast du... Nein, du hast keine Granaten. Sech. Äh, 59%. Das ist ja aber eigentlich noch viel. Ah, komm schiessen mal. In die Wand hinein. Eigentlich hätte ich das voraussagen können, dass du in die Wand hinein schiessen. Hm. So. Du musst sicher aufladen. Aber da heisst einen brauche ich da. Von euch. Einen brauche ich da. Du wirst dann da rauskommen und schiessen. Äh, du hast geschossen. Wie weit rauskommst du denn da? Da bin ich halb. So weit komme ich nicht. Ja, es kommt aufs Gleiche aus, ob jetzt da oder da stehen. Ja, komm mal da hin. Ja. Und dann glaube ich eben wirklich, dass ich mit dir einfach da stehen bleibe. Es hat noch einen zweiten. Halt. Es hat noch einen zweiten dünnen Mann. Wo ist denn der? Ah, okay. Der muss irgendwo... Der wird sich sicher dahinter verstecken. Komm, ich komme einfach mal da hin. Und mache Feldposten. Und mit dir... Komm, ich... Da hin und lade mal... Oder mache ich auch Feldposten? Ja, komm, ich mache auch mal Feldposten. Wir weissen nie, was da hinten durch noch alles läuft. Äh, die verbinden dich wieder so hirnstrommässig. Dass du ein bisschen mehr Power hast. Wobei das eine... Oh, aha. Wie ich gesagt habe, da hinten geht noch etwas. Wow, schöner Kopfschuss, aber eigentlich voll daneben geschossen. Ähm... Ja, das gibt es manchmal. Ähm... Habe ich mit dem anderen nicht auch Feldposten gemacht? Mal schon, oder? Aber... Wieso? Woher kommst denn du jetzt? Ja, woher kommst denn du jetzt? Wieso bist du jetzt plötzlich da? Mensch! Okay, wir tun mal die Schreddergranaten ausrichten. Schuss ist blockiert, aber da nicht. Da, da treffe ich doch voll. Machen wir. Wieso? Jetzt nimmt es mich wundern, wo schiessest du jetzt durch? Ja, okay! Haha! Alright. Gut. Ähm... Da hätte es ein paar... Leute weniger. Würde ich mal behaupten, hm? Also, da könnte ich ja du noch einmal schiessen. Äh, auf den? 55%, was hast du denn? Auch 55%. Ja, kommst du davon, welchen du das nimmst? Nein. Komm, schiess einfach einen ab. Dann bin ich schon mal zufrieden. Gut. Dann haben wir hier noch einen Lasergun-Man. Äh... Da kommst du hin. Und dann machen wir hier mal die Türen auf. Sie sind ganz freundlich. Und sagen Hallo! Schau jetzt hier! Nimm das! Ja, die Türen waren im Fall schon oft. Ja, das ist gleich. Ist gleich. Ein weiterer Sieg. Perfekt. Das ist ja schneller gegangen, als ich gedacht habe. So schnell zocken... Das ist ja irgendwie... Das macht mich ja völlig komfus. Ähm... Ja, ja. Panik in Kanada. Wieso? Ich habe doch Kanada... Ähm... Ja, Panik in Mexiko. Ja, aber ich habe doch auch... Ähm... Ja, egal. Wir fliegen zurück. Und landen zum ersten Mal. Wir fliegen zurück. Und landen zum ersten Mal. Ganz vorsichtig. Wir laden die verwundeten Einheiten aus. Und die anderen auch. Keine Werte aus dem ganzen Trupp. Keine schlechte Leistung. Ich würde auch meinen. Und dich machen wir jetzt auch noch gerade Upgrade. Brad. Ähm... Was kannst denn du? Dichter Rauch machen? Ja, das klingt gut. Effekte tragen. Wow. Das klingt auch gut. Aber ich nehme den dichten Rauch. Weil du bist ein Raucher. Auch wenn du ein Ami bist. Du bist auch ein Ami. Und da könnte ich... Echt gut auf dem Boden. Revolver hat. Ja. Stücke Pistolen treffen. Zwei Punkte. Bonusschaden hinzu. Und das mache ich. Dann kaufe ich dir eine Laserpistole. Und dann kannst du nämlich vielleicht auch mal anständig schiessen. Hä? Also. Bestätigen. Revolver hält. Dann haben wir hier unseren Shot. Der kann... Lass sie kommen. Früge ich dir noch einen Bonusschaden hinzu. Ich bin nicht in der Truppe sehen kann. Oh. Nachkampf Spezialist. Fährt dann ein Reflexschiff. Einen Kind der sich viel ernährt. Feldposten wird nicht benötigt. Oh. 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 Das ist... Okay. Was nehmen wir? Du hast einen blitzschnellen Reflex gesehen. Der Doppelschuss. Komm. Lass sie kommen. Und dann haben wir noch unsere Olga. Äh. Mal, Olga. Du bist eine Schwere. So, so. Gut. Okay. Nehmen wir. Dann haben wir ein paar Sachen bekommen. Schön. Danke. Und noch der Felix. Marquez. Sehr schön. Sehr schön. Wir behalten sie im Auge. Und jetzt habe ich hier irgendwie mega viel Stutz. Aber es geht immer noch sechs Tage. Aber warte schnell. Moment. Irgendetwas. Ist doch da... Aha. Ähm. Australien, Kanada und Mexiko. Das heisst, ich brauche jetzt drei Satelliten. Ähm. Ich brauche Geld. Hahaha. Ich brauche Geld. Irgendwie muss ich jetzt auch Geld kommen. Das kommen wir dann auch. Aber erst in der nächsten Folge dann. Und Toro, danke vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist es das nächste Mal auch wieder. Wir werden sehen. Cheers.